Postnatales Yoga mit deinem Baby ist deshalb so wertvoll, weil du nicht nur Übungen für die Rückbildung machen kannst, sondern dir auch Zeit bleibt, mit deinem Baby wieder neue Energie zu tanken, Kraft zu tanken, dich zu entspannen und auf spielerische Art und Weise dein Baby mit einzubeziehen. Mama-Baby-Yoga ist immer in einem geschützten Umfeld, in einer gemütlichen Atmosphäre. Das heißt, du kannst dich wirklich fallen lassen, du hast Zeit für dich und dein Baby und ganz fernab vom Alltag kannst du dich einfach mal fallen lassen, loslassen, zur Ruhe kommen. Also das Baby muss bei Mama-Baby-Yoga nicht immer mit einbezogen werden. Es ist auch die Möglichkeit da, dass es einfach schlafen kann, dass es sich selbst beschäftigt oder du kannst das Baby einfach als Gewicht nutzen und mit einbeziehen in die Übungen.